Heute unternehmen wir zusammen eine Reise in einem U-Boot. Vielleicht bist du gar kein besonders spiritueller Mensch und glaubst, dass du ein getrenntes Wesen bist, das hier herumläuft und noch einiges zu erledigen hat. Vielleicht glaubst du eher der Wissenschaft als spirituellen Theorien und Konzepten, die du vielleicht irgendwo gehört hast. Da ist auch nichts Verkehrtes dran. Denn ich sage immer, die Erfahrung ist das Allerwichtigste und nicht der Glauben an eine Theorie, egal aus welcher Ecke sie stammt. Wie schon im Intro erwähnt, halten wir uns meist für ein vom Ganzen getrenntes Wesen, das hier noch einiges zu erledigen und zu schaffen hat. Doch wenn wir jetzt einmal die Quantenphysik bemühen und unsere Fantasie, können wir eine Idee davon bekommen, wie es mit der Trennung wirklich aussieht. Stell dir vor, du sitzt in einem unendlich kleinen U-Boot und unternimmst eine Reise. Und dieses kleine U-Boot ist so winzig, dass es noch kleiner ist als alle Elektronen, alle Atome, alle physikalischen Bestandteile, die wir überhaupt mit einem Namen benennen können. Und du sitzt also da drin und fliegst los. Dieses U-Boot kann ungehindert überall durchfliegen und du zoomst quasi in deiner Vorstellung jetzt ganz in das Universum der kleinen Partikel hinein. Und du sitzt in diesem U-Boot und jetzt geht's los. Woher wüsstest du, wenn du in dem U-Boot sitzt und aus diesem Fenster schaust, wo du dich gerade befindest? Bist du in einem Körper? Bist du in der Raumluft? Befindest du dich innerhalb der molekularen Struktur eines Tisches? Kannst du noch einen Unterschied entdecken? Könntest du das wissen, wenn vor dir nur noch ein unendlich großer Raum sich erstreckt? Denn wie die Wissenschaft ja schon sagt, besteht alle Materie zu mehr als 99,9% aus Raum. Im Grunde sind es Energieschwingungen, wie eine Musiknote. Und selbst das ist nur eine Theorie, denn so genau weiß es eigentlich keiner. Also wenn du jetzt in einem U-Boot durch die Gegend fliegst oder fährst, hast du überhaupt gar keine Ahnung, wo du dich gerade befindest. Denn es ist nur unendlicher Raum. Du fliegst also durch Körper hindurch, durch die Luft, durch Wasser, durch ein Vakuum vielleicht, durch alles mögliche. Und bei dieser Perspektive könnte dir auffallen, dass es so etwas wie Trennung nicht gibt. In der unendlichen Kleinheit, wo hat denn da ein begrenztes Ich-Sein-Raum? Oder wo fängt es an und wo hört es auf? Alles scheint in einer schwingenden Beziehung miteinander zu stehen und feste Grenzen gibt es nicht. Wir haben ja gerade definiert, dass wir so klein sind, dass wir fast nur noch den Raum sehen und gar nichts anderes. Vielleicht ist hier und da mal am Horizont ein Funkeln zu sehen oder ein Aufblitzen von irgendwas. Du siehst, wenn du hineinzoomst, dass es eine Getrenntheit überhaupt nicht existiert. Alles ist untrennbar miteinander verbunden. Nur wenn wir wieder hier rauszoomen, sieht es anders aus. Das ist genauso, als wenn wir in einem sehr, sehr klaren Ozean uns befinden, unter Wasser, wo es keine Pflanzen gäbe und gar nichts, keine Fische, überhaupt nichts. Es wäre nur klares Wasser da, das sich nicht bewegt. Woher wüsstest du überhaupt, was Wasser ist? Es ist alles eins. Nur wenn wir eine Außenaufsicht hätten, also zum Beispiel, wie ein Delfin aus dem Meer herausspringen könnten, dann würden wir sehen, dass das Meer, der Ozean, Wellen schlägt, Formen erzeugt. Bei der Perspektive könnten wir eine Trennung vermuten. A, sagen wir, da ist eine Welle, die ist höher als die andere, sie hat mehr Gischt oder weniger. Es scheint ein Unterschied zu sein, aber ist tatsächlich auch nur auf der Oberfläche vorhanden. Tief im Inneren ist alles genau gleich und alles miteinander verbunden. Doch zur Zeit als menschlicher Körper hier haben wir keine andere Wahl, als alles durch die menschliche Brille zu betrachten. Und deshalb erkennen wir hier in dieser Form alles Mögliche als getrennt, obwohl es doch miteinander untrennbar verbunden ist. Aber auch das ist nur eine Übergangsphase. Ich meine jetzt nicht die Anwesenheit des Körpers, der zerfällt wirklich in ein paar Jahrzehnten oder schon bald. Wir haben jetzt auch schon als Mensch die Möglichkeit, die Verbundenheit des Ganzen wahrzunehmen und dadurch zu mehr Liebe und Sicherheit und Gelassenheit zu gelangen. Und dazu sollte diese kleine Übung dienen, dass du mal die Perspektive änderst. Ich habe schon mal ein anderes Video veröffentlicht, in dem ich sage, dass alles, was wahrgenommen ist, die Realität ist. Und das stimmt auch, aber wir können unsere Vorstellungskraft benutzen, um ein Gefühl der Verbundenheit herzustellen. Es geht ja darum, für dich einen Ankerpunkt zu finden, dem du vertrauen kannst. Und wenn es nicht unbedingt Spiritualität ist, kann es ja die Physik sein. Also wenn alles auf der submolekularen Ebene miteinander verbunden ist, wieso sollte sich das dann ändern, wenn man wieder da rauszoomt? Es bleibt miteinander verbunden. Wie es zusammenwirkt, das wissen wir nicht. Versetze dich mal für eine kurze Zeit in die vermutete Wahrnehmung einer Stubenfliege, einer Maus, einer Fledermaus, einer Spinne oder eines Hundes. Wie werden sie wohl die Welt wahrnehmen? Genauso wie wir? Was ist die letztendliche Wirklichkeit? Wirklichkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020